Willkommen zurück zu Blaster Master Zero. Im letzten Mal haben wir da in der Höhle nichts gefunden, außer Material. Aber nicht wirklich was Gutes. Und ja, wir sind hier immer noch auf der Suche nach dem Signal von Fred. Was ist das denn? Hä? Was war das denn? Egal. Ich hinterfrage es einfach mal nicht. Geht's noch? Moment. Nein! Okay, gut. Also jetzt geht das hier schon so lang. Dass man hier schon diverse Sachen machen muss. Ja, genau. Was? Ich kann denn an der Wand hochfahren? Die wollen wir jetzt also sagen, ich bekomme als nächstes ein Tool, womit ich die Wand hochfahre. Okay. Äh, ja. Na komm. Hallo, nach unten. Und Gas geben. So, jetzt müssen wir da die Kugel abwarten. Weil die macht sonst so Boom. So, ist das auch zeitlich? Bedingt? Nein. Ah, da mal ein Savepoint. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Alter. Oh, das ist gelb, ne? Ah, toll. Okay. Warum bin ich denn jetzt gegen den gegen gefahren? Das war sowas von unnötig. Sprechen die sich auch gegenseitig in den Lauf? Nein, nein. Danke. Da ist die Frage. Geht der Thron nach oben oder nach unten? Oder nach rechts? Näh, näh, näh. Ich gehe erstmal nach oben links. Und finde eine Höhle. Das finde ich gut. Finde ich gut. Aha! Okay. Hat mich ungefähr gar nicht weit gebracht. Alles war dunkel. Nein, 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 nein. Boah, alter, gehst du ab. Dann haben wir einen Save-Punkt. Nein, 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 nein Boah, war das knapp. Ich hoffe mal, dass ich hier langsam das finde, was ich suche. Ach, noch größer geht nicht, ne? Nein. Oh, komm. Oh, halt, wartet. Also kann ich schon einsammeln. Die Frage ist jetzt wirklich, wo muss ich lang, ne? Ich hab noch kein Karten-Update, kein gar nichts. Na, komm. Nach oben. Na, komm. Nein. Das war fies. Oh, was gibt's da? Live ab. Okay. Nein, jetzt komm ich da gar nicht mehr hin. So. Danke. What the fuck? Nein, nicht da rein. So, komm her. So, komm her. Wow. Wir haben's. Okay. So. Ist mir egal. Ne, stopp. Äh, wir gehen da lang. Okay. Ey. Ein Treffer wisst ihr doch. Ist nicht gut für mich. Ernsthaft. Ne, hier unten ist noch irgendwas. Aber ich komm jetzt nicht, was da sein könnte. Hab ich da irgendwas übersehen? Nein. Ah, das ist doch hier schon wieder so zum... Danke. Der nächste Speicherpunkt. Und wir haben den einen noch immer mehr aktiviert gehabt. Äh. Jo, und wie soll ich da jetzt wieder hochkommen? Coverpack. Sieht aus, als ob Sophia mit dem jetzt, äh, fliehen könnte. Aber was macht ein Chip an diesem Platz hier? Was zum... Jason, schau nach oben. Ach, nö. Was zum Teufel ist das? Es ist ganz schön groß. Ich weiß, es klingt verrückt, but... Ich glaube, es ist ein Mutant. Oh mein Gott. Ich glaube, es hat den Chip bewacht. Pass auf, Jason. Hier kommt es. The uncontrollable central gear. Na komm. Okay. Na komm. Halt, wartet mal. Wann meint noch irgendwie eigentlich sowas hier? Boah. Hä? Oh, Mann. Na komm. Komm. Ja. Wir kriegen ihn. Ja. Wir kriegen ihn. Was für ein Beschiss. Okay. Kann man gleich hier runter, weil ich hab volle Energie. Halt, wartet. Das können wir lassen. Das können wir lassen. Das können wir lassen. Das ändert eigentlich nichts. Okay. Jetzt müssen wir uns das Ganze nochmal ganz... Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, 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 Mann. Wann, 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 Wann. Uncontrollable engine. Central gear. So, jetzt nochmal. Na toll. Wie soll ich denn das da erfinden? Nein. Nein. Oh, komm. Oh, Energie. Oh, Energie. Na, komm. Nein. Aha. Ha, ha, ha. Jawohl. Central Gear besiegt. Ja. Und der erste Bosskampf in so einer Richtung finde ich geil. Ich habe mich in den letzten Folgen noch beschwert, dass es davon keine gibt. Und jetzt bin ich richtig froh darüber, dass es welche gibt. Oh. Das hat mich sehr überrascht. Aber ich glaube an dich. Ich glaubte an dich, dass du es schaffen würdest. Danke für deinen Support, Eve. Gerne doch. Ähm. Freds Signal verschwindet. Was geht hier vor? Wie es verschwindet. Ich habe jetzt nichts mehr. Äh. Tut mir leid. Also. Okay. Aber, liebe Leute. Guckt mal. Wir können fliegen. Oh nein. Das kostet diese... Och, nö. Ernsthaft? Och, nö. Füllt sich das jedenfalls wieder automatisch auf? Oh ja, gut. Wisst ihr, wie viele Geheimgänge wir damit jetzt entdecken können? Da müssen wir jetzt ganz schön viele Bereiche erstmal zurückgehen. Das ist schon krass. Und schade, dass es jetzt hier keinen Teleport gibt oder so. Aber gut. So. Dann gehen wir jetzt erstmal zum nächsten Speicherpunkt zurück. Na, komm. Nicht so tief fallen. Okay, Sophia hat jetzt also Jetpacks. Das haben wir jetzt schon mal herausgefunden. Schade. Geht nicht. Oh, guck mal. Energie. Es ist voll geil jetzt mit dem Jetpack. Es eröffnet einen so viele Möglichkeiten. Guck mal. So würde ich jetzt gar nicht hochkommen. Aber so. So komme ich da ganz einfach hoch. Und da hinten war auch noch irgend so ein Geheimgang. Aber ich habe immer noch nicht die Karte. Oh, 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 oh. Energie. Die nehme ich definitiv mit. Die da unten brauche ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal wieder zurückgehen. Na, komm. Na, komm. Komm, ja. Gut. So. Okay. Jetzt können wir da hoch. So. Das geht sowas von schnell jetzt. Ich finde das so geil gerade. Guck mal, wie einfach ich da hochkomme. Aber ich kann immer noch nicht, möchte ich jetzt gleich sagen, an der Wand da hochgehen, ne? Ich glaube es noch nicht. Nee. Kann ich nämlich noch nicht. Aber okay, gut. Ist in Ordnung. Akzeptieren wir mal, dass wir das noch nicht können. Weil, ähm, wäre ja sonst auch zu einfach. Ich kann auch noch nicht genauso da durch. So. Halt, nach oben. Ja, gut. Das ist halt mit einem Digitalkreuz wäre es jetzt besser. Ach, meine Güte. Das ist so ein kleiner Gegner. Oh, scheiße. Da waren Bomben. Aber gut, da kriege ich wieder ein bisschen Energie. Na, komm. So, wie das Ganze weitergeht, das und vieles mehr erfahrt ihr natürlich in einem der nächsten Parts. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haltet die Ohren steif. Tschö, tschö. Tschö.